. . . . Manni? Manni? Naja, nicht, da war ich alleine weiter. Dieser alte Saftsack. Muss man mal durchschneiden alles. Uwe, Uwe! Du alter Idiot, Mann! Ich hab bald einen Herzefack bekommen. Hast du den eigentlich alle? Ich stehe da vor und du machst so eine Scheiße. Ja, ein Geisterauto. Geisterauto. Oh, ein Großradar. Ich tritt dich gleich vor.